Ey yo Leute, Raze ist wieder hier und herzlich willkommen zum dritten Part von Outlast. Ich hab's jetzt einfach mal circa 10 Minuten gemacht, weil ich nicht mehr so viel Zeit hätte. Und freut euch auf jeden Fall auf morgen, weil morgen kommen auf jeden Fall, glaube ich, wieder zwei Videos von Outlast. Und noch ein Video von mir auf dem Sprays-Kanal, natürlich, weil ich ja auch Call of Duty spiele. Und viel Spaß beim Angucken, haut rein! Die waren die Spare-Bits. Die waren die Spare-Bits, die waren die Spare-Bits, die waren die Spare-Bits. Die waren die Spare-Bits, die war vom Das war's für heute. 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 I'm coming. Das war's für heute. Das war's für heute. I'm going to need some help getting clean. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.